Feiern Sie mit uns 25 Jahre Obermain-Therme. Vom 15. bis 19. Juni können Sie täglich ab 12 Uhr im Badebereich mediterrane Köstlichkeiten genießen. Verpassen Sie nicht den Auftritt unserer einmaligen Aqua Soleros, die mit Ihnen auf eine Zeitreise gehen durch die letzten 25 Jahre Obermain-Therme. Abends ab 18 Uhr erwartet Sie ein abwechslungsreiches Showprogramm mit vielen Höhepunkten. Freuen Sie sich auf Susan Baker, fränkisches Kabarett, die Rossinis, Heaven und Entertainment vom Feinsten. Weitere Infos entnehmen Sie unserem Jubiläumsflyer, der im Eingangsbereich ausliegt. Kommen Sie vom 15. bis 19. Juni in die Obermain-Therme und feiern Sie mit. Wir freuen uns auf Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017